Tastrad. Die Tastradausleger, sprich die Länge der Vormohre, ist an jedem Tastrad gleich lange. Der Grund dahinter ist ganz einfach, dass die Tasträder zum einen um 180 Grad verdreht werden können oder zum anderen, sollte der Landwirt das Tastrad an eine andere Position des Striegels bringen wollen, ist auch das möglich. Des Weiteren setzen unsere Konstrukteure, des Acker Striegels, auf 8 Zoll Raddurchmesser, das wiederum zwei Vorteile mit sich bringt. Der eine Vorteil ist, die Leichtzügigkeit der Maschine ist dadurch besser gegeben und der andere große Vorteil ist, damit die Seitenführungskräfte, die Seitenstabilität des Striegels gewährleistet ist. Zusätzlich wurden dann noch an jedem Tastrad Haltegriffe montiert, die wiederum gewährleisten, dass das Tastrad schneller und einfacher in die richtige Position verstellt werden kann. Unless die Hine oder Fertigungsgericht der Betten wird, dass das Tastrad eher im Hine oder Fertigungsgericht der Notfall sind. Vielen Dank.